ARD Text im Auftrag von Funk Äh, warte, das ist ja geklingelt. Ich muss jetzt mal grad gucken, was da drin ist. Okay, gut. Mach das. Digga, wo ist der Postbote? Oh, hier ist es. Geht schon. Kein Absinn dran? Nichts? Dann wird das wohl sein. ARD Text im Auftrag von Funk Oh mein Gott, ich bin frei. Einerrund, 131, 112, oh mein Gott, nett. Vorhin nett.